Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geehrte Schulleitungen, wir akzeptieren, dass wir einen ganzen Samstag für alles, was wir falsch gemacht haben, nachsitzen mussten. Und wir sind ihnen sogar ein bisschen dankbar, da wir bis vor diesem Nachmittag nur fünf Fremde waren, die nicht wussten, wie viele Gemeinsamkeiten sie trotz ihrer Unterschiede teilen. Aber wir halten sie für verrückt, dass sie uns einen Aufsatz schreiben ließen mit dem Thema Wer bin ich? Weil sie uns doch so sehen, wie sie uns sehen wollen. Mit einfachen Worten ist das, was wir über uns herausgefunden haben. Jeder von uns ist ein Streber, eine Sportskanone, eine Ausgeflippte, ein Bad Boy und eine Beauty Green. Beantwortet das Ihre Frage mit freundlichen Grüßen, Ihr Helmholtz Club. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.